Ja, ich bin doch nicht so der Fan von dem ganzen Krempel. So, manuell, ESP ist raus. Die Scheiße. Die Motor ist schon gefahren. 5 Sekunden vielleicht. Zählen kann ich das nicht. Wir können das jetzt noch zum Leifenbahn fahren. Das ist in dem Leben. Wir kriegen aber jetzt den Motor. Und wir und wir. Wir müssen das mal in der subjective Probe hin. Wir müssen das Auto unternehmen. Wir müssen das unternehmen. Wir müssen das in den Boden. Wir müssen das in die Oberlin overlapping. Wir müssen das in den Boden. Wir müssen das in den Boden zurück. Jetzt habe ich mir schon bei dir, okay? Ich bin da, ich bin da, ich bin da. Das ist auch eine Variante, die so weit hinten abzufahren, ne? Ja, mach ich immer. 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 Das ist für mich eine ganz entspannte Sache, oder? Ja, mach ich immer. Ja, ich hab mich immer. Ja, ich hab mich immer. Ja. Ja, mach ich immer. 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 Ja, ich hab ich immer. Ja, ich hab ich immer. Ja, ich hab ja. Das ist so, wie die Spitze hinfahren. Das muss das Boot abkönnen. Das ist so geil. Das ist so geil. Das ist nicht was der macht. Das ist so geil. Das ist so geil. Das ist so geil. Oh Gott, ich weiß nicht. Das ist so geil. Ist so regelmäßig das Problem. Jetzt! Fau geil, ey! Ja, fau geil! Haben wir noch eine? Ja, gerne! Echt gut! Fahr gut!